Willkommen zu einem weiteren Veröffentlichungsvideo für ETS6. Heute haben wir Version 6.2.0 mit KNX IoT eingeführt. In den letzten Monaten haben der KNX-Verband und seine Mitglieder eine Reihe von Spezifikationen untersucht und vereinbart, wie zertifizierte KNX IoT-Geräte miteinander kommunizieren sollen und vor allem mit bereits auf dem Markt und im Feld vorhandenen KNX-Geräten. Heute ist der Tag, an dem diese neueste Erweiterung des KNX-Ökosystems ETS erreicht hat. Es ist natürlich kein Zufall, dass wir heute ETS6.2.0 veröffentlichen. Wir bereiten uns auf die bevorstehende Light-and-Building-Messe in Frankfurt vor. Wir freuen uns darauf, Ihnen die Änderungen und Erweiterungen für KNX IoT und ETS6 zu zeigen. Besuchen Sie Messe Frankfurt, Halle 12, Stand B91 und erleben Sie, wie ETS6 KNX-Installationen erweitert und ausbaut. Zeigen wir Ihnen die neueste Ergänzung und Ihre Möglichkeiten zur Erstellung und Erweiterung. Für diejenigen, die nicht zur Messe kommen können, erkläre ich kurz, was KNX IoT und ETS bedeuten. Dafür, ich wechsle zu GTS6.2.0, wo ich ein Projekt vorbereitet habe. Sie können im Gebäudepanel oben und im Topologiepanel unten die beiden integrierten KNX IoT-Geräte sehen. Diese kleine Auswahl eines IoT-Druckknopps und eines IoT-Schaltaktors zeigt, wie KNX IoT-Geräte in ETS dargestellt werden. Wie bei jedem anderen KNX-Gerät erhalten Sie automatisch eine individuelle Adresse von ETS. Sie sind Teil der Projekttopologie und der Gebäudester. KNX IoT-Geräte haben Objekte, die mit Gruppen verknüpft werden können. Dies wird allen unseren KNX-Partnern da draußen sehr vertraut sein und das ist beabsichtigt. Wir wollten klarstellen, dass KNX IoT nahtlos in bestehende Installationen integriert werden kann und dass Partner sich auf ihre Schulung verlassen können. Freue mich darauf, Ihnen den Umfang der Integration zu zeigen, Inclents Diagnosefunktionen im Layton-Gebäude. Dort können wir uns auch die allerersten KNX IoT-Geräte ansehen, die auf den Markt kommen. Bis dann!